guten morgen ihr lieben heute ist dort drei der reise müssen teil langer hotel und candy schönes hotel am berg teil langer ist mit kuhl mit dachparasse ja das kann man auch für ein candy bereisen wunderschön rundherum wir fahren heute zu einem großen tempel und zu einem felsen fahren wir zum goldenen tempel in dampula und im norden 1200 stufen oder 1200 stufen 1201 1201 stufen müssen wir den berg da hoch hier kommen affen wir haben keine gesehen und hier oben sind wieder affen die spielen am seil aber oben waren keine nach hotel verscheucht die hier gucken ja alles voll affen baby affe mal mitten in der stadt und 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 Das war's nicht. Alle fahren zur Arbeit jetzt hier, ne? Viele, ne? Ja. Berufsverkehr hier in Kandy. Muss man schon aufpassen, wenn man selber fährt. Registreiben. Einmal kleine Geschäfte. Was? Ja. Eisfelder, ne? Und im Hintergrund sind Berge. Ne? Da geht's schon ganz schön wieder hoch. Und hier, wo die Fahnen überall wählen, ist ein buddhistisches Fest im Dorf dann halt. Wir sind hier in Madala und hier ist ein Hindu, der Mercedes. In Dambulla und hier gibt's eine Riesenstatue. Die goldenen Buddha. Heute wird er mit Vicky unterwegs. Von Kika Kurs. Paludara. Sehr zu empfehlen. Ja, wir haben hier eine riesige Reihe und die Welt, die Gäste ist hier Oh. Und, bis dann weiter in die Gäste. Ja, aber jetzt hier. Das ist 59 Meter hoch, ne? 59 von uns, ne? Das ist lehrende Butter, das ist wegen der lehrende. Da haben die lehrende, Stehen-Buddha, Sklafen-Buddha, Mediterien-Buddha, so verschiedene. Das ist von den lehrenden Buddha. Das ist alles in Gold für Gold. Das ist erst gebaut in 1992, wir haben angefangen. Die sind fertig gebaut in 1998. Sechs Jahre. Sechs Jahre. Guckst du da in den Arm, die hängen aus den Bienen. Ach so. Siehst du da? Das sind Bienen. Ach, das sind Bienen. Aber nicht gemacht? Nein, nein, nein. Das ist die Natur. So groß? Ja. Okay. Willst du bei dir stehen, machen die eine Bild? Ja. Oh, Affe. Affe am Tempel da oben. Auf der Nase. Das machen wir mal ganz deutlich. Also schön, dass da goldene Tempel in Sri Lanka ist. Der goldene Tempel auf Sri Lanka. Da oben ist die Figur, die ist 50 Meter hoch. Und hier ist der Eingang bereit. Blumen. Buddha ist ein Mensch. Buddha kann man nicht uns helfen. Buddha kann nur erklären. Die sind eine Lehrer. Aber wenn dann, wir sagen, genau sind Gold. Die Frustaufgaben, wir sagen, bitte aufpassen uns. Glück bringen, gutes Leben geben. So, wir sagen, es gibt nicht Gold. Und dann die Opfergaben halt. Ja, das ist die Opfergaben. Da gibt es die Gold-Butter-Tempel. Da siehst du die. Ja, und dort wird reingeschafft. Ja, da gibt es die Leute Opfergaben auch mit der Brüste. Da, wie du hast gesehen, im Hindu-Tempel. Ja. Ja. Genau so gleich. Ja. Okay. Und da kaufen die praktisch dann das Gemüse ein für Colombo, große Städte und alles überall. Wird hier alles hergeschafft und verkauft. Große Gemüsehallen, ja. Aber es ist halt früh, wenn es dann noch nicht so warm ist. Jetzt ist es schon zu Ende. Ja. Wegen viele kommen in Dinac, dann kaufen, dann bringen nach Colombo, dann gehst du dann weiter. Ja. So wie Gemüseauktion, ne? Colombo, Candy, so überall. Überall verteilt, ja. Das Gemüse, ja. Kann man sich dann praktisch als Privater einmieten, ne? Also, den Stand, ne? Also. In dieser Stadt auch in Dinac, die Bankofen. Nur in dieser Stadt. Ach, Bank in Dinac. Oh, okay. Ja, wegen Dinac gibt in die Geschäfte. Die Leute kommen, die einkaufen. Und sonst überall zu, oder? Ja, sonst ist zu. Aber Geldautomat auf? Ne, das ist immer, das ist sowieso. Aber die Bank selber halt. Aber da selber. Sünder nur von dieser Stadt in Dabulla. Okay. Der hohe Berg. Wir haben jetzt hier 1.000 Stufen, ne? 1.202. 1.202 Stufen. Aber ganz groß. Ja. Und oben ist ein kündlicher Tempel. Nicht so schnell. Die Frau ist nicht so schnell. Ein Park. Und oben drauf ist die Teredelle. Die Erhöhung. Der Tempel. Der Tempel. Und oben, ne? Also, da haben wir diese Bäume. Diese heißen Pikus Benjamin. Okay. Gibt's hier Krokodile? Nein. Das ist ab dem Jahr. Na, 5. Na, 5. Gibt's hier Krokodile? Also, bitte. Schau mal, nun diese. Aber diese Kanale original. Warte und sie. Damals in Königplatz oben. Feinde kommen. Die haben Krokodile. Jetzt nicht. Aber jetzt nicht. Aber ich finde, jetzt sind so kleine Fische, ne? Ja. Aber diese Kanale 5. Jahrhundert nach. 1.600 Jahre alt. Aber diese Kanale runter der Felsen. Rundrum, ne? Ja, ja. Um Felsen, um Felsen auch? Ja, ja. Okay. So, wollen sie Bilder machen, machen wir Bilder. Warum gehen sie runter, kommen wir nicht gleich hier weg. Ah. Und wie oft bist du schon rauf gegangen? Kann man nicht mehr sehen, ne? Ich bin 33 Jahre. 33 Jahre. Läuft er die Stufen jetzt. Ja. Tausend Stufen hoch. Kommen Sie bitte hier? Ja. Also, und dieser Königreich und Kraschipp, ne? Er hat dann zwei Palas gebaut. Summer Palas und Winter Palas. Warum? Er hat dann zwei Palas gebaut. Und Regen ist seit Kunigua oben. Und Trockenzeit Kunigua unten. Da weg in die zwei Palas. Summer und Winter. Ach so. Aber unten Palas heute UNESCO. Die Leute ausgraben und restaurieren zu dieser Seite und später diese Zeit auch. Habts schon gehört, den UNESCO? UNESCO Kultur. Ja, Weltkultur. Ja, Weltkultur. Ja, ja, ja. Wie alt? Was? Wie alt hier? Das ist fünf Jahrhundert Nachwuchs. 1.600 Jahre alt. Und das war früher ein Teich oder war es ein Gebäude? War es ein Gebäude? So, das sind die im Wassergarten. Aber Wassergarten, die haben hier zum Instrument. Sehen Sie? 1, 2, 3, 4. Okay. Aber heute UNESCO. Die Leute ausgraben. Wir starten zu zwei Baden. Ich bete die beiden. So, warum sind wir hier weg? Dieser König hat so 500 Konkubinen. Konkubinen heißen Tänzerinnen. Aber nicht genug eine Bade. Da wecken sie für Baden, für Zümmen. Aber 500 Konkubinen. Aber er hat einen König. Okay. Okay. Ihr seht, da ist der Felsen. Und oben drauf war der Wintertempel. Sommer und Winter oben. Winter ist oben. Wintertempel ist oben. Und der Sommertempel war hier oben. Ach, Dekoration. Okay. Das war praktisch der Weg zum Tempel nach oben. Und hier war mit Dekoration links und rechts. Hier war kein Tempel. Das ist eine Festung. Okay, Festung. Okay. Aber von König, ne? Und das ist so alt, ne? Aber viel, ja. Fünf Jahrhundertnachstüsel. Aber viel Regen ist, das Wasser kommt so hoch. Schau mal. Das sind die Wasserstüren drin. Okay. Und das ist so alt, ne? Aber viel, ja. 15 Jahrhundertnachstüsel. Schau mal, diese gelben Blumen. Diese heißen Oleander. Oleander. Die haben weiße, pink auch. Aber das ist gelbe. Aha. Wie viel Meter ist das hier ungefähr von hier? 150? Nein, nein, nein. 200 Meter. 200 Meter. Aber mehrere Spiegel sind 360. Okay. Also so ca. 200 Meter hoch. Die haben alles rein gehauen. Warum sie damals da oben, die haben eine Wachttum. Oder Wachtputzen. Aber jetzt 1600 Jahre und alles weg habe ich Stumbehalt. Okay. Aber damals Leute hatten so kleine Füße. Da wegen sich kein Zeppel. Okay, Wahnsinn. Und Stufen alles so hier, ja? Ja. Okay. Also weiß ich, was ist das? Buch. Also auf. Ich halte. Aber das ist keine Stufen. Ach so. Ach so. Ach so. Das war geschreihen gebaut. Okay. Das ist wie sagen Terrassengarten. Okay. Okay. Und die Stufen auch 1600 Jahre alt. Hier. Ja. Aber hier ist Stufen. Alt ist super. Aber wieder restauriert mit Ziment. Ja. Okay. Okay. So, jetzt gehen wir hoch, runter kommen und so anwenden. Okay. Bienen? Aber jetzt nicht. Wo sind wir? Aber heute regnet die Zeit, alle weg in den Dschungel, die Bäume. Ach so. Okay. Willkommen, Aibo. Schau mal. Aber das ist Natur. Okay. Oh, schön. Ja, neugemacht hier mit Zement. Man sieht es, ne? Steine rein. Weil viele Leute nutzt ab, ne? Immer weniger. Ja. Also wieder vorsichtig in den Kopf, ne? Ja. Wir steigen jetzt hier 200 Meter auf. Über Treppen. Tausend Stufen. Ja. 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 Und die bauen jetzt einen Weg rauf und einen Weg runter, oder? Ja. 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 Wollen sie wieder kommen. Hier auch. Wollen sie schauen. Alle zusammen schauen. Aha. Ja. Ein geiler Felsen. 200 Meter. Geiler Felsen hier. Ja. Ja. Wie viel haben wir jetzt. 200? 200 Meter hoch. Aber das ist die Felsen und Granit. Aber diese Granit, wie heißt das? Ulkheim. Ja. Vulkane? Vulkane. Hör mal, diese Felsen. Hör mal, diese oberen großen Felsen, sehen Sie mit den Steinen so? Und diese heißen Balancen-Felsen. Waren Sie damals zum Feind kommen, die Steine weg, dann Felsen. Ah, okay, für die Leute. Zuerst da unten, die haben Kanäle. Unter den Felsen, die haben Krokodile. Das zweite Mal den Soldaten, das zweite Mal so diese Felsen. Oh, okay. Und Wasser hochgepumpt dann? Nee, 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 Regenwasser. Ach, gesammelt? Ja, da ist es oben zum Impul. Ach so, Regenwasser, okay. Und das hat gereicht für über Winter, wenn es geregnet hat. Ja, Sponsor so. Oben sieINTen. sten, sind sie im Und hier ist eine weiße Buddha-Figur, da hinten auch. Das sind die höchsten Erhöhungen hier. In jedem Dorf gibt es einen Buddha-Dämpel. Die Hälfte geschafft, ihr seht es, ein Massentuch ist noch leider. Viel zu viele Leute. Und hier geht es den Treppen hoch, es gibt den Steppendämpel voran. Das werde ich jetzt nicht alles filmen, das dauert ja Ewigkeiten, aber auch dazu werde ich alles festhalten. Aber trotzdem genug Platz. Wir machen das hier hoch, das ist dreigeteilt und deswegen dauert das so lange. Manche sind ja schlimm, manche Leute drängen sich dann vor und versuchen vorbeizukommen. Das ist echt zum Kotzen. Deswegen hasse ich Massenturismus. So viele Leute, schaut mal an wie viele unten sind. Jetzt musst du wahrscheinlich frühzeitig kommen. Wenn du so zeitig da bist, hast du vielleicht die Chance. Das ist bloß ein paar hundert hier. Jetzt sind ja schon tausende da, müssen wir mal sehen, wie viele Leute hier unten anstehen. Hier hochlaufen. Ach, hier oben sind alte Stufen. Okay. Also hier war ein riesengroßer Löwenkopf, 20 Meter hoch, der erste Fall aus Ziegelstein. und war dann praktisch hier verankert. Hier waren die Ziegel praktisch im Felsen verankert, ne? Genau. Das sind alte Stufen hier. Wahnsinn. Und das ist auch alt, ne? Ist auch neu hier, ne? Das ist neu. Auch neu. Schaut euch mal die Hammerausblick an. Von unten stehen die Leute an. Das sind jetzt die Treppenwähne. Das waren die alten Stufen hier. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So sind die hier hoch. Puff. 10600 Jahre alt. 10600 Jahre alt. 11700 Jahre alt. Die haben ja jeden Stein hochgeschafft. aber es ist halt leider massenturismus gleich haben wir es geschafft wir haben hier jeden züge hochgeschafft kann man diese fälle diese heißen peter angela sehen die da oben leute auch diese eine tempel und anderen seiten gott wissen auch gott wissen wie gesagt haben das baum hat er ja alles hochgeschafft über die treppen das kann man sich kaum vorstellen wurde es hier hoch geschafft jeder züge jeder einzelne züge wir sind hier 260 meter über meerespiegel und das war pool und hier hast du einen richtig geilen ausblick 260 meter über meerespiegel man kann sich vorstellen dass hier alles hochgeschafft wurde und das war palast hier und hier war früher königshaus ja 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 in den golden buddha und höhlen tempel und amul auch da hinten ok so hier diese machen video hier dann wir gehen kaum die kumin pool und dann kann es richtig ok so ihr lieben also wir sind hier oben auf dem saldo man kann in alle richtungen richtig schön schauen und hier wie gesagt 260 meter hoch wie eine meerespiegel und von unten sind es 200 meter muss man aufsteigen aber ich sag es euch die aussicht ist einfach geil einfach hammer also macht es einfach mal geht hier her wahnsinn man kann rundherum so weit schauen und das ist gerade schon ein organismus entstanden da fälst du hier früher ja die anlage kommt wieder vorne ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier, damit geht es doch auch runter. Hier, damit geht es doch runter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis bald ihr Lieben Tschüssi Untertitelung des ZDF für funk, 2017